halli hallüchen leute wird willkommen ja weiter geht es mit einer neuen folge von mario im portal style wir nehmen uns nun die nächste map pack vor das nächste map pack das sieht mir komisch aus werden das jetzt ich würde sagen wir nehmen jetzt erst mal das hier im one player game und los geht der spaß also das sieht doch schon mal aus nach viel spaß okay das sieht mir doch schon mal ziemlich eindeutig aus um ehrlich zu sein okay das bringt uns ja gar nichts da geht doch da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen springen und hoffen das ist halt funktioniert hat er jetzt funktioniert und das war schon das level ok interessant ist ein ziemlich interessantes level gewesen auch wenn es kurz war und einfach irgendwie dann doch jetzt wird ziemlich interessant so gutes habe ich 10.000 mal gesagt ich glaube jetzt reicht es auch nummer zwei jetzt hier komm schon ich bin ja auch im vollpfosten na komm schon dass ich das jetzt gerade nicht geblickt habe das ist schon ehrlich traurig zack nehmen wir uns den und hier lang na komm schon muss ich das erst ausstellen oder wie so rein so aber jetzt habe ich noch eine idee wir werden das hier noch mitnehmen und mal gucken ob wir das jetzt noch hier brauchen können das macht keinen sinn moment nach so doch wie das denn macht nach scheiße falsche richtung oder ja das dürfte einfach zum ankämpfen wie es moment er hat jetzt würfel gerade nach links gelegt wieso das ich habe ach komm schon okay ist aber kein problem und so weiter aber jetzt bin ich wieder zu blöd hierfür oder wie jetzt geht es plötzlich wieder nicht komm schon alter wieso dreht er sich immer so komisch ich hatte die maus rechts von dem ding okay ihr seht die maus jetzt natürlich nicht weil ich mache das so mit dem renner dann letztendlich das maus nicht zu sehen ist ich denke das ist dann doch an der chillsten wenn ich das so mache so zack zack jetzt aber bitte am besten mache ich jetzt wieder so dass ich den würfel als erstes schick dann machen wir es jetzt so ganz einfach oh das sieht übel aus scheint mir schon mal nicht so viel zu bringen ach so ja klar wir müssen erst mal den würfel nach oben bringen die frage ist zu welchem also moment ich muss jetzt mal gucken also der linke knopf öffnet die rechte tür nehmen ja doch sehr die obere und welcher sind da so moment ne geht er ich muss den hierhin machen den würfel ok ok ist die kacke da offen moment was muss ich diesmal machen also ich muss das irgendwie aufhalten dass der würfel da nicht runterfällt dafür müssen wir den hier nehmen und hey scheiß Fliege komm schon und wir nehmen was mache ich denn eigentlich ich habe keine ahnung doch ich habe wohl ahnung mein gott bin ich blöd oh knapp so ok wo was heißt knapp es war normal what the fuck das sah grad ziemlich strange aus wie der darunter gelatscht ist so 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 dann können wir uns den hier nehmen ich hoffe ich mache jetzt keinen dummen Fehler dann müssten wir eigentlich nur wie ist es mit zeit alter na komm schon komm schon wie hier kann ich keinen scheißdreck bitte lande richtig dadadadada und wir haben es rechtzeitig geschafft oh das habe ich gar nicht gemerkt mit dem Zeitlimit das ist ja übel aber ich habe es dann doch irgendwie rechtzeitig gekriegt ja doch 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 wow aber da muss ich echt schon denken heißt nicht dass es wirklich schwer ist aber ich musste denken und das nicht nur ein bisschen also der öffnet die Tür da oben der knopf macht ach ach so noch einen weiteren Würfel ok das sieht mir doch schon mal ziemlich seltsam aus hier alles wie so oft scheiße Moment Moment na komm schon was passiert jetzt jetzt geht der auf das heißt wir können den hier rein schieben dann geht die Tür auf ja das war doch kindisch was war das denn jetzt Moment da mach ich die Dinger gell ja dann müssen wir hier alles voll stopfen glaube ich damit und du 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 Nervt nicht. Ich kann mich das erst mal ausstellen. So, und dann können wir nämlich irgendwie so glücklich werden. Irgendwie so in der Art. Und so nicht. Und so auch nicht. So aber vielleicht. So. Nein. So. Zumindest halb. Ah, ich bin doof. Ah, geht doch. So. Zack, zack. Dann können wir den hier rauf. Moment, der öffnet nur eine Tür. Wollt ihr mich verarschen? Lalalalalala. Okay. Die wollen mich hier ein bisschen verarschen. Moment. Was weiß ich, wenn der hier wegkommt? Nee, die... Okay, ich dachte, die Tür schließt sich vielleicht nicht... nicht instant. Oh je. Ach doch, das ist doch... Alter, wie simpel ist das denn mit dem? Okay, da hatte ich jetzt nicht vor. Alter. Mach hier keinen Scheiß. So. Und wieder ins Ziel. Oh je. Oh je, ich bin zu blöd für die Serbe. Ich sehe die offensichtlichsten Sachen nicht. Das ist schon... Ziemlich traurig. Aber das Problem ist... Jetzt kommt 2 Level... Ja gut, jetzt... Ja, ist gut. Jetzt kommt 2 Level 4. Das Problem ist, wir haben nur noch ein Leben. Und wenn wir das verlieren, dann können wir die Map nochmal neu machen. Und das sieht hier ziemlich böse aus. Deswegen ist das gerade nicht so gut. Also, erst mal... Ich würde sagen... So. Ach scheiße, Moment. Oh, aber mit der Zeit ist es jetzt halt ein Problem, dass ich hier jetzt mal auf die Zeit achten muss. Ey, komm schon. Jetzt mach doch da diese Kacke hin. Dankeschön. Okay, ich mach's anders. Moment. So muss ich's ja machen. Moment. So. Nee, bringt ja gar nichts. Moment. Ja, scheiße. Jetzt. Okay. Wie mach ich das? Äh. Okay, so schon mal nicht anscheinend. Das mit dem Zeitlimit ist halt ein bisschen... Scheiße. Schwul. Und so. Ja, wie mach ich denn das, dass ich den... Ah. Nee, doch nix. Ich wollte sagen, ich hab's verkackt, oder? Weil ich kann ja den jetzt nicht mehr... Komm schon. Ja, ich krieg den Würfel da jetzt nicht mehr weg. Super. Klasse. Moment. Kann ich mir gar nichts mehr machen? Nee, anscheinend können wir gar nichts mehr machen. Lalle. Ah, nee. Jetzt sag nicht... Oh Gott. Ich bin... Ich bin... Leichtbehindert mag man meinen. So. Ich werde da wohl... Irgendwie... So raufschießen können, oder? Ja, geht tatsächlich. Ist zwar wahrscheinlich nicht so gedacht... Aber das ist mir jetzt... Gerade die Linde gesagt. Scheißegal. Aber Zeit hab ich leider kaum noch. Das ist jetzt... Problem an dieser Sache. Die werden mal durchgeschossen werden, erstmal. Ach, kacke. Jetzt muss ich ja... Oh je, wie muss ich das denn jetzt hier machen? Kann ich jetzt irgendwie... Ja, das geht. Bin ich jetzt eigentlich blöd? Was hab ich hier grad gemacht? Hey, Alter, ich bin... Nee, schaff ich nicht mehr. Ich hab den Würfel hier rausgenommen. Das war der Fehler. Alter. Ja, toll. Jetzt hab ich's weg gehabt. Okay, Leute. Dafür war ich jetzt... Um ehrlich zu sein... Zu blöd. Das war jetzt schade. Ich würd sagen, wir versuchen erstmal eine andere Map-Pack. Denn da hab ich jetzt erstmal keinen Bock drauf mehr. Also... Nein, leider nicht. So, ich hatte einen kurzen Schnitt gerade, für die ich es gemerkt habe. Ich würd' sagen, wir nehmen jetzt erstmal... Die sehen alle so komisch aus. Ich würd' sagen, das erste hier, das ist auch noch ein anderer... Ein anderes. Das hab ich erst gar nicht bemerkt. Ah, und hier haben wir sogar unbegrenzte Leben. Das heißt, das ist eine Map-Pack, die Spaß machen wird. Hoffe ich doch. Muss er das jetzt hier heißen? Irgendwann ist hier durchgesprichen. Moment, da muss ich jetzt... Ach, du Scheiße! Okay, Moment. Das war falsch. Das war... Das... Das war leicht falsch. Ich glaub, ich darf einfach nicht zu viel Schwung jetzt hier nehmen, weil sonst... Komm schon, Digga! Hä? Moment, wie soll das... Hm? Ich wüsste... Ich... Okay, Moment. Anscheinend muss ich irgendwie Glück haben, oder so. Was ist das denn für eine geile Scheiße? Was ist das denn? Alter, war das genial. Schade, dass es die vorherigen Male nicht schon geklappt hat. Aber das war ja wohl mal grad genial, oder wie? Das war ja wohl schon ziemlich... What the fuck? Achso, jetzt bin ich aus Versehen. Ja, okay. Das ist natürlich... Ich finde, das war, dass man schnell rennt, ne? Ich werde einfach mal das hier versuchen. Da. Upsa. Da, 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 da. Da, da, da. Moment. Was, wenn wir's dann machen? Moment, ne, wir müssen's anders machen, wir müssen's anders machen. Komm schon, komm schon. Digga. So. Dann gehen wir hier rein nochmal, und... Ich sag, wir müssen das hier erstmal... So, überall. So ein bisschen hin mit dem Scheiß. Jetzt haben wir den Scheiß überall kleben. Das heißt, es könnte doch funktionieren. Yay. Oh mein Gott. Irgendwas mach ich falsch. Ah, ich glaub, ich muss reinspringen, oder? Das sieht mir doch schon durchaus logischer aus. Dann machen wir's so. Hm, so schwer ist das doch gar nicht. Na, geht doch. Was ist denn jetzt schon wieder? Hey, lass mich hinrufen. Dann mach ich's halt so. Können wir mal den Arsch lecken. So. Das macht einen Cube. Das ist schon leicht interessant. So. Dann muss ich jetzt mal gucken. Hier geht's lang, und dann ist... Hier, der macht den auf. Och, ist das ein langes Level, Alter. Jetzt hört mal auf. Das find ich grad nicht lustig, dass die so ein... langes und kompaktes Level basteln. Oh, okay. Da bin ich jetzt... leider leicht überfragt. Ich mein, das... Das bringt ja offenbar nichts. Wenn ich hier mehrere Laser hinmache. Ähm... Ne, es bringt ja schon mal gar nichts. Okay. Dann werden wir... Pff, ja, dann machen. Ich wese nicht. Ah. Okay, ich weiß es doch. So irgendwie... Ne, doch nicht. Hä, wie soll das gehen? Weil da kann ich ja nicht durchschießen. Das ist ja das Problem. Wobei das... Hä, jetzt hab ich mich... Jetzt hab ich's verkackt, oder? Ja, jetzt hab ich's verkackt. Yay, tot! Okay, Leute, diese Mapback ist für mich zu schwierig, mag ich sagen. Auch wenn man hier Infinity Leben hat. Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt. Achso, ne, wir können hier anfangen. Okay, das ist dann... ...doch was anderes, wenn wir hier anfangen können. Moment, wie ist da oben ein Knopf? Musik wird feststehen. So, da oben ist grad was passiert irgendwie. Mhm, 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 mhm. Genau. Genau das wollte ich erreichen. Ja, habt's drauf. Oh je. Alter, jetzt springt nochmal durch. Dankeschön. Mhm, mhm, mhm. Da-da-da-ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da. Hm, okay, das springt ja wohl nicht. Moment, der macht da oben das auf, ne? Nee, der macht gleich beide auf. Achso. Nee. Hä? Nee, wieso macht der gleich beide... Achso, wir sind beide mit unserem... Ja, okay, jetzt. Jetzt macht das doch Sinn. Aber das macht keinen Sinn. Das macht sowas von keinen. Sinn. Okay. Ich versteh's nicht. Damit bleib ich jetzt einfach mal... Ja, dabei bleib ich jetzt einfach mal. Ich versteh's nicht. Kann ich irgendwie da hinten ran? Nee. So weit komm ich ja in dem Leben. Hm. Aha. Ah. Ach. So. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Man mag es nicht glauben, aber ich hab's echt verstanden. Komm schon. So. So. Da 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 da. Wahrscheinlich seid ihr schon vor... ...zehn Tagen auf die Lösung gekommen. So war das, genau. Und jetzt können wir den Scheiß hier mitnehmen, aber... Ach so. Okay. Jetzt weiß ich über den Scheiß mit. Ich dachte grad, ich hätte es mir verkackt jetzt auch noch. Also dann... ...dann hätte ich echt nicht mehr weiter gewusst. So. Was gibt's denn nun? Alter, ist das lang hier. Was soll denn das? Boah, das... Boah, das würde sich meine Freundin auch denken, wenn sie das erste Mal in meine Hose guckt. Unter meine Hose guckt. Boah, ist das lang hier alles. Alter, was ist denn hier los? Moment. Ich glaub, es ist nicht schlimm, wenn ich dieses Jahr nicht mehr fertig machen werd, weil das ist... Pff, also beim besten Willen. Wie soll man bitte... Naja, jetzt bezweifle ich echt, dass ich das schaffe. Ich könnte höchstens... Ja, das müsste klappen. Ja, hat geklappt. Das irritiert jetzt hier ein bisschen mit diesen ganzen verkackten Scha... Ach so, okay, jetzt können wir den mitnehmen wieder. Ich find's grad lustig, dass wir den Pupel die ganze Zeit mitnehmen müssen. Das ist ne gute Idee, find ich. Irgendwanns. Das ist ja etwas zu strange, find ich. Ach, du Kacke. Ja, wie soll das jetzt gehen, bitte? Ach so. Ach so, ich sollte erstmal probieren, bevor ich mich gleich hier auf... Und das gibt es Bright Legs. What the fuck. What the fuck. Ey wehe, die töten mich jetzt noch. Ich bin so dumm, das ist doch der Laser der... Oh Gott. Oh Gott. Wo fang ich wieder an? Fick dich. Fick dich.